Und du musst schon wieder essen. Ich mache Essen, dass wir entspannt essen können, ohne dass so ein Pinsel... ...und wegscheucht. Für den Feuermacher, Reispfanne a la Dujanka, mit persönlicher Widmung auf dem Teller, richtig geil, mit Würstchen drin. Also wir sind hier in dieser anderen Schutzhütte drin und hier werden wir heute pennen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich regelt.